allöchen und willkommen zu einem neuen gameplay wir spielen half of titans ich habe das schon mal gespielt gehabt damals und haben angetestet die kleine preview und so guten joey und heute immer mal einen kleinen koop dabei jetzt und wir zocken beide einen lambiosaurus als einen pflanzenfresser wir hatten schon mal eine vorherigen aufnahme die wir leider nicht hochladen hat mir das auch gespielt in pflanzen fleischfresser und also ein kannivor und irgendwie haben wir uns nicht gefunden ja wir haben ja wir haben es nicht gefunden die ganze zeit und jetzt sind wir erst mal gemeinsam gespawnt in der höhle und dass wir kommen auch mal wo pflanzenfresser wir haben auch irgendwie hast diese maßung obwohl wir es nicht abgesprochen haben und legen wir mal los wer hat da schon kontakt zu einem ersten fremden dino der ist nicht fressen wollte pflanzenfresser auch war wo gewinn ich muss ja schon auf der karte gucken wir sind müssen du ganz rechts ohne also wir kennen hier in der gegend müssen wir eh irgendwann müssen wir die wohnhöhle finden und der weg stein und müssen eicheln und litchi sammeln was ist hast du das gehört ja wo ist wo ist der er bringt das spruch nein jetzt machen wir auf uns aufmerksam das ist ein kleiner das ist doch nur ein kleiner der steht da unten das ist ein vogel komm her und nein da unten da steht er doch hi servus fleischfresser oder dirke das ist ein jungtier wir werden mal packen und dann gehen wir mal los komische ja warte ich mir mal mal gucken ob der zwar folgen wenn er uns verfolgen wahrscheinlich ein fleisch fressen das ist ein pflanzenfresser happy bohren oder carnivore carnivore ist ein pflanzenfresser äh fleischfresser ja genau ja zu viel dino zugeguckt mit den kids irgendwie voll bock drauf geht auf einmal fragst ob du uns halt folgt aber das glaube ich nicht ja also ich hoffe euch geht es gut da draußen und habt viel spaß aber ihr könnt gerne mal in den kommentar schreiben ob ob ihr auch schon per titans gespielt habt oder ob ihr irgendeinen dino bevorzugt den wir spielen sollen genau das wird mich auch mal interessieren weil wir wollen eigentlich ein paar die dinos mal durchrackern hier ähm gehen wir ja nicht lang keine ahnung du bist nicht laut ich folge doch dir da bist du doch selber drauf schuld oh oder lichis lichis müssen wir sammeln zählt mit uns beiden mit oder ja ich glaube 12, 14, 16, ja 18 oh neue Fähigkeit verfügbar zum Kauf ja ne ja müssten wir erstmal jetzt farmen die Punkte aber es ist schön ja das sind noch lichis es ist echt ein schönes Spiel also muss ich euch sagen ne es ist mit sehr viel liebe zum detail muss man einfach sagen ja wir müssen ja auch 200 lichis sammeln super das ist ja Gruppe gewesen aha ich hab noch welche deshalb müssen wir das gebiet auch nicht verlassen erstmal ja und irgendwie will ich auch nicht weil ich irgendwie bammel hab von den großen weil ich nicht weiß ich bin zu klein ähm haben wir das genug welche wir sind doch relativ kläntchen noch und jo mal gucken was wir hatten ja oh nein was ist denn mit dir Alter hier hab ich welche gefunden dann sammle die mal eh nicht gucken wir weiter hast du die mit angezeigt ja ne ich glaube es 63 doch ja ne doch du kriegst auch gezeigt doch ja ne ja wir spielen es beide mit ähm äh äh hier Maus und Tastatur wo ich sagen muss ich hatte ja die Preview auch mit Controller gespielt mal gucken ob das meine hier unten nicht dabei am Rechner ja du hast das letzte Mal mit Controller probiert und hast dann wieder gesagt ne ne ja aber der hier lässt sich irgendwie ganz komisch drehen oder 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 das ist weil der Pflanzenfresser also auf vier Beinen läuft ein Trick nur für x vielleicht gehts dann einfacher ne das ist seitlich laufen und präziser laufen also ich hab kein Problem ja dann bin ich so doof ja jo ohne Sinn kämen wir müssen mit dem nur vergehen mit dem Radius wie Panse ey mhm aber das ist weil wir vier Beine sind genau ja das Katsche ist äh archäologisch und paleontologisch sehr bewandert la wie Sau ähm hat das früher studiert ja ja mhm im Eigenstudium im Selbststudium zu Hause mit dem mit Dino verheirat mich nicht mit einem Raptor schal ah Raptoren gibt es die überhaupt ich weiß nicht das wäre ja geil oder mhm so wie jetzt die Raptor Lichis ja Lichis halt da ist noch einer guck mal ach ne ach ne ach sorry das ist ein Schmetterling das sah von Weitem aus wie Dino Wildhamel oh my goodness ey yeah aber der tropft immer noch gell wo wir es seitdem im Wasser waren äh riebel die ziemlich lange na 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 war sie hallöchen alter so mehr Lichis hier oder was die ganze Zeit jetzt ja was will man sonst machen das ist ja sch- das ist ja sch- das ist ja sch- yeah yeah hier yeah yeah so wir müssen Wegstein finden wohnhöfe ich würde sagen wir gehen jetzt mal weiter hoch was sind wir denn oh du Scheiße du ne sollen wir mal in die Mitte von dem großen See da oben gehen oh was wann guck mal ganz oben mittig ist so ein großer See mit einer Insel in der Mitte komm wir wandern mal wir wandern mal dahin mal gucken beziehungsweise beziehungsweise wir können die Wohnhülle ja schon früher holen ich hatte mit überwesende bisschen was er gesehen haben hier ey ich sehe hier nur Wald die sind große starke Pflanzenfresser ja hoffst du nicht das sind noch ziemliche Babys ich geh mal durch runter kann man durch runter gehen ja dann komm mal runter und die Eichel nur scheiße mir jetzt drauf halten ja oh ich auch nicht außer Spaß war sie ah oh du scheiße was machst du dann wär fast runter gefallen guck jetzt grad mal ob es durch runter geht ja wirklich runter mit dem Sprung oh weh du musst nicht auf vorne runter springen nein dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich oh fuck ah nein ah alter oh fasch die geht langsam hoch die Energie wieder ich bin frischfleisch für die oh fuck ich bin ah oh ich bin voll zerfetzt wir lehnen uns mal doch hin und rasten kurz ja bitte ich komm aua aua der kann halt rennen au oh mein er ist voll zerfetzt ey deine sieht nicht zerfetzt aus oh mein gott Hase was ist mit dir ich hab Knochen gebrochen gehabt hat auf dann dann müssen wir uns mal kurz heilen wir sehen uns ja gleich wieder voll zerfetzt komm wir gehen weiter ne warte warte noch ein klein bisschen würde ich sagen warte noch ein klein bisschen ach was jetzt komm ja ich bin aber müde kannst nicht rennen Schatz ich muss mich drehen so nicht ich kann doch rennen äh ne doch kannst du wieder rennen doch kannst du wieder rennen ich auch gut ja mein Knochenbruch ist verheilt ja dreckige nur 20 Sekunden ach Hase wir sind frischfleisch wir sind jetzt echt ziemlich im Arsch wenn die uns erwischen gell da muss uns erst mal ein Neff hin ja weißt du nicht immer so ins Hemd oh ich lass dich ja äh opfern ich ich tu dich ja opfern du mich auch warte ich glaub schon aber ich erschieß dich ah fuck ouch wenn jetzt wieder rum ach der hups ein klein bisschen sonst bricht er sich alle knöchel schon die arme Sau das sind halt noch Pläne wir sind Jungtier alter das ist ein Witz und von dem gelben Evolutionsbalken ist noch nicht viel zu sehen nä wow wie cool guck mal du bist du bist Schnee du bist Schnee wow sieht auch gut aus mit Sonnenuntergang du aha der Kopf ganz ins Wasser getaucht ja ja so muss das laufen Freund trinken durch die Ohre also wir müssen jetzt erstmal hier ähm eine Wohnhülle finden und dann den Wegstein machen wir das mal du bist schon voll ok gut warte mal also vielleicht gehen wir zum ersten Nest da oben hin wo jetzt schräg links nach oben ist hörscher ich kann mal gucken ob es irgendwo Busch gibt mit Bären ja warte lass mich das mal drehen der hat aber nicht krass wie LKW haha ich stelle mir vor der wird noch Gräser ja alter Faller das ist noch schlimmer das Rinde ich hab Rinde entdeckt oh hier ne 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 ich dachte die wären das schade ja ey Samo noch haben wir ich hab drei Viertel noch von meinem Magen voll also da hat mir als Fleischwasser größere Probleme gehabt sag ich ja ganz ehrlich ja das stimmt ah lächeln oh leg mich doch am Ärmel ey der mit seinem scheiß Panzer Wendekreis du ja super hast du alles in gesammelt hä du Strolle pisse dich pisse dich selber Prost oh nein du weißt schon dass wir heute Abend gemeinsam im Bett schloppen das hältst du später mal ein Kissen aufs Gesicht drücken ja mach das ich möchte dass du dann ab morgen mit deiner Kinder halt ey bist nö oh doch ich bin trauernder Witwer offiziell ja dann bist du mit deiner Kinder halt ey nö schick ich in die Kinder gerade wir erfahren das nie den Kinine der war blöd der ist weißt du nicht das ist doch nicht oh du gleich zwei Monate ne geh mit dem fetter Arsch doch weg du gleich fetter Arsch weißeicheln ich will was esse rennen mach doch komm doch komm doch komm doch triffst du nicht mal ich bitte dich Achtung Stein Achtung Stein Achtung Achtung bist du doof du weil du bist mit dem Arsch beiß was soll denn das ist der noch in der Arsch ich mach da ich bin der noch in der Arsch mhm oh doch mhm aber sicherlich sind die mich drauf vorgekommen ich hab was gehört Lichis ja Lichis leider komm es nicht isse aber wie komm es nicht die Lichis von früher ey die sind ja voll riesig alter ach ja was bilden so kleine so riesen Dino mit so einer kleine Lichis von Heid ich nicht das ist ja wie wenn der ey reiß kann ich ich glaub das sind wirklich Westgegenstände Menschen? mhm na gut kann natürlich auch sein das weiß ich nicht auf jeden Fall ist es einer komm runter komm runter komm runter komm runter wo? dahin was Dino? ja was für einer? ich weiß es nicht irgendwas mit dem Federschwanz der Hähne wo du warst ist der Hähne rum oder? ziemlich groß schon so runter rutsche mhm oh ne du kenn mal den ah fuck ok ok warum ok na aha du Hähne ist also Alosaurus wo? ne lass mich doch mal vorbei hey Mensch ey Sammo ey mach doch nix ja ich seh'n der macht uns doch wahrscheinlich nix oder? weiß ich nicht wenn er uns zieht frisst er uns da wollen wir rufen? nein ey rekt doch irgendeiner hat grad gerufen aber ich war es nicht ich ahne nicht komm oh Gott ich renne doch noch Richtung Höhle was da Angst ja? ja 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 aber irgendwann müssen wir an Rufe mhm sonne weil wir Jungtiere sind machen wir zum nächsten Mal Flugzaurier und dann taka ich glaub wir haben gar keine oder? ich glaub ich extra Bonusdinger gell? oh ich hab keine Ahnung wieder hat Wohnhöhle betreten Katja hat seine Wohnhöhle betreten yay gut dann geh ich auch mal rin in Meini guck mal was passiert die Wohnhöhle neue Fähigkeit freigeschalten Hattelschwanze die guck ich mir jetzt mal an Fähigkeit ah ah Pflanzenfresser Stoff Typ Stoffwechsel kann Beeren und Früchte essen mäßig Erschöpfungsrate von Hunger das haben wir jetzt auch frei so gehen wir nochmal raus aus der Höhle jo ich komme ja wie gesagt man kann ich glaub ich auch die Höhle selber einrichten hier anpassen und so weiter das ist schon cool gemacht glaub ich die ganz einzelnen Dinge kann man alles machen und das wollen wir aber jetzt erstmal nicht weil ähm noch in deiner Höhle ja warte mal ich muss erstmal da rumlaufen äh aber man kann äh Leute einladen die Bohnen Höhle hab ich es grad gesehen ja ich weiß so woher wo gehen wir das hin ja es ist so das ist ein bisschen in andere Richtung komm ob wir haben wir viel mehr Sauriers gesehen alle haben ja gar keiner gesehen gar keiner gesehen außer uns selber und das fand ich schade weil das macht das glaube ich auch gerade aus ob du dich schwärst oder nicht also ob du hingehst oder nicht ich glaube das ist äh äh ja schon sollten wir ein bisschen Wachse wo wir durchgehen ich ich glaube dass wenn wir ausgewachsen sind werden wir kein Alusaus packen ja ausgewachsen aber der war noch nicht ausgewachsen ne der war Jungtier ja wie wir mhm er spielt Jungbulle und du Jungkalb oder Hu ja ist der Jungkuh bestimmt Kalb ist ja Kind so gucken wir mal ich hab beide noch Kälber weil der ein bisschen Hubsen tut oder irgendwie selber ein bisschen Hubsen ja wie gesagt wir haben uns die ausgesucht weil wir gedacht haben die haben gute Abwehrfähigkeit sind schnell ja vor allem weil sie schnell sind die sind schnell ja sind sie doch im Prinzip ja sind die verdammt schnell also ähm hast du mit dem andere gelost ja Freunde wir sind bald verhungert und dann was das warum ist sie jetzt in der Kadaverbucht ja nicht gut ja wahrscheinlich ist unser Kadaver irgendwann 8 Uhr weg ja aber warum jetzt denn ja wahrscheinlich finde Nahrung und iss sie ich habe Leckstein gefunden essen ruhig bin zwar fast tot aber egal dann konntest du einfach zu mir in Luft kommen das ist aber ganz weit ja dann oh 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 was ich bin gleich tot ich bin gleich tot wenn der mich sieht bin ich tot wenn der mich sieht bin ich tot was ist das denn da wir haben irgend sowas mit so einer Höhre geflossen ich weiß es vielleicht Spinosaurus ja echt komm den muss ich mal reinziehen ja der ist schon weiter gelaufen ach man ey der sucht Nahrung oh ja wenn er mich gsiert hätte er mich fressen können hätte er mich ein bisschen größer als ich du warst schon ausgewachsen oder was Nahrungsquelle erschöpft hier komm na toll danke fürs Ablegen komplett der hätte ich als Rekler aufmisse ja kriegst du noch Kässo gelbes Ding auch gezeigt mit finde Nahrung nein ne ich muss noch Knochen sammeln aber ich kann noch bisschen was esse ja ok gut ach ne Nahrungsquelle erschöpft ich kann nicht noch mehr essen ok ich muss mich beeilen weil ich hab nämlich viel Leih also dann äh und erstaunt wie gesagt nächstes Halbsteckstein bitte dann stehen lassen joo ich hörts auch nicht ahne dass der sich so schnell erschöpft dann wartet man das nächste Mal bis man die Hälfte voller kommt du wollsch gar net erst komme du ojo ja das sagst du also ist noch genug da ich bin minder näh schade dass er sich nicht entdeckt hat der Spino saures schade das sind Leuchtenkelse aber die kann man auch nur aufheben das ist wegen der Quest dann bestimmt ah ok 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 super wir haben die Beziehung zu verreicht da ist vor allem was zu trinken und was zu essen trinken und essen da kommt man nicht runter Aua ok jetzt ich hab nichts gemacht wir gehen in die vollkommen falsche Richtung jetzt geh doch einfach nur mit wir sind doch fast am Salzleckstein wenn du mich jetzt doch festhackst kann ich hey Hase hey Samo hey Samo dann dann ess ma weniger das sind Beere gut muss was essen Gott sei Dank komm joo ess dich muss sagen mein guter dann vorsichtiger Dino geil wärs jetzt wirst du äh Server ähm der Neustart in 10 Minuten hier sind immer drin rausgeflogen das kann natürlich auch sein dann endet natürlich das Display abrupt äh das Gameplay aber es ist ja nicht schlimm ähm vielleicht findest du vielleicht findet das ja doch großen Anklang das würde uns natürlich freuen wir laufen falsch joo wir laufen falsch wir laufen wieder hoch wir sind da äh leg mich am Amel ey Joe der hat ja ein der hat ja ein der hat ein Radius ey zum wenden ist der Hammer und jetzt rennt er noch wie Sau was soll denn dit wow ok wir sind es nicht viel weil es regnet aber regnet cool erstmal saufen aber erstmal trinken ey ja trinken wir jetzt mal gut mhm sind wir dabei du ich bin noch nicht ohne löschen bin da na folge fressern folge ist off ein wunderschönes Tier sagst du noch hundertmal der hat sich ausgestorben ja das stimmt aber die lieben auch nicht nur unser Haus nehmen im Wasser stimmt so jetzt darf ich mal da hoch obwohl warte mal dahinter vorne ist nur eine Landzone da will ich mal langlaufen da ist nur noch was voll gesauft voll gesauft voll gesauft voll gesäuft hm Muscheln wieder ok es gibt uns halt die Karte ist halt riesig ey ja es ist arbeitig und man sieht ja immer nur ein Bruchdell und von du hast ja gesagt wir sagen wir ran mal da entlang komm mal ich finde wir da noch irgendwas anderes ich glaube es ist die Insel aber die Frage ist halt eher hm 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 wie lange kann da schwimmen hm das ist die Frage ja ich weiß auch nicht wie groß die Servergröße ist direkt 200 300 ok also eigentlich sehr viele Menschen wenn es voll ist aber da der ähm Server neu gestartet wird gut sind dass sie auf dem Server ever nicht viele sind ja oder ja gut oder sie starten neu weil immer an dem Tag Restart stattfindet das weißt du ja auch nicht nö ach ja so langsamer laufen noch ein bisschen Energie tanken ist ja voll die Herde wische die Frage ist ab wann ist denn eine Herde an welcher Größe ach mal kurz unterstellen ah sehr interessant so hin an den blauen Punkt müssen wir das ist die Grube das wäre dann unser unser Quest hab keine kleiner Steinteich muss ich finden ich muss die Grube finden dann gehen wir erstmal zur Grube ach Joe ist auch nicht weit weg ach ne ich muss da runter ja ich muss wieder runter wo unser erstes Nest war zwischen dem Wegstein und dem Dings mittig ist es ok muss ich hin muss ich hin also fast dieselbe Richtung ja also ich hab's schon ok gut dann können wir ja gleich zu meinen weiter gehen ja lass mal ein bisschen Evolution erreichen hier da ich willst doch ein gräseres Ding mal gucke Tigernüsse schaff'n we Lalalalalala Nein Joe 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 Oh mein Gott wenn der eine D-Stunde und der Fall schaff'n weiss ned Gott wär's wille alter er ist wahnsinnig der der dino geradeaus ich brauche ich brauche ich brauche wieder ausdauer wir haben es extra ohne facecam gemacht weil wir gedacht haben verdeckt man vielleicht zu viel und bad hair day und der ganze rotz halt geradeaus wie wir jetzt laufen geradeaus einfach okay und dann hat dieser scheiß regen train findet die ganze da das ist wie bei uns der helm wie in deutschland die frage ist wenn wir uns hier auslocken wollen wir dann auch wieder hier wenn wir uns wieder einloggen du forsch mich sache mal rausfliehen wir mal rausfliehen dann sehen wir uns beim nächsten mal freunde danke ich komme nicht über das holz hier drei zwei eins nein post close the connection okay gut ich würde sagen zum nächsten mal zum nächsten mal eventuell auch wieder mit joey weil ich würde gerne die quäste weitermachen wir wissen wie groß der noch wird dann werden wir das vielleicht doch weiterführen vielen dank fürs zuschauen und bis denn ciao haut rein ciao ciao